Willkommen zurück bei Rocket League. Wieder mit einer Runde Ranked, mit dem Olli, dem Patrick und dem Mittel. Salve. Guten Tag. Zeit für den Ranked. Weil die letzten paar Spiele ja auch so gut liefen. Klar. Immer diese Raucher. Ist das ja jetzt schon wieder mitgekriegt. Das hört man auch nicht weiter. Lass mich doch, ihr seid anstrengend. Ach, der geht doch vor ein paar Spielspiele. Was? Das war kein Eigentor. Das war eine Demonstration. Da wollte ich dir zeigen, was passiert wäre, wenn ich Troja wäre. Hat der funktioniert? Ja, eindeutig. Fall daneben. Ja, ich kriege ihn aber auch gerade nicht. Hier aber auch irgendwie nicht. Ah, da tritt der mich, der Wichser. Mach ich das halt. wah! Jawoll! Guck dir den an. Ich fast hätte ich dir das Tor noch vermasselt. Bitte? Ich fast hätte ich dir das Tor noch vermasselt. Oh ja. Pressball wieder. Guck mal, wie man durch die Gegend fliegen muss hier. Ah, den hab ich dir jetzt versaut, sorry. Dammit. Äh! Ich musste noch drehen. Oh ja! Oh ja! Oh ja! Nice! Ist klar. Ich hab keinen Boost. Tut mir leid. Ah, Pressball. Fass. Hallo was, Spezialität. Pressbälle in unserer Hälfte. Dafür kann ich aber nix. Dammit. Dafür kann ich aber auch blocken ein bisschen. Hm, ich sag dir ja ein bisschen. So viel Dank. Hüpp. Ja, kaputt. Ja, ist klar, Junge. Ja. Eber, ich schaff auch Pressbälle in die gegnerische Hälfte. Und wieder zurück. Und den Ball nicht zu treffen. Genau. Und ohne Boost durch die Gegend zu fliegen. Das krieg ich auch super hin. Oh! Was für ne Parade du. Und was ein Tor! 3-0 und der Erste hat das Spiel verlassen. Wunderprächtig. Ja, ich weiß nicht, dass die Leute das nicht durchhalten können. Vor allem, das sind ja meistens eh nur 5 Minuten, ne? Ups. Da verstehe ich das. Ja, länger gehen die Spiele ja eh nicht. Die fangen doch eh bei 5 Minuten an, oder? Das war nicht der Ball, Troja. Das ist der Ball. Wow, das hat eine Befriedigung geschafft. Ah, Patrick! Noch ein Troja. Du hast dir doch gar nicht berührt. Ich hab die Ball nach vorn geschossen. Ah, Pressball. Ja, der gibt auch gleiche auf. Und der nächste. Da, ich glaub, der stand doch schon so blöd da rum. Hier tritt das gerade vorne. Ernst! Wir sabotieren uns gerade gegenseitig. Ja, ich mach grad einfach nur Oli sabotieren. Oh, wow. Das kann ich aber auch. Weißt du was, Oli? Damit hab ich schon um sowas von gerechnet. Den hättest du beinahe noch nicht mal mehr getroffen. Weißt du was, Michel? Geh mal aus dem Tor raus. Wir stellen uns... Wir legen uns alle auf den Kopf ins Tor. Geh mal... Nee, Michel nicht spielen. Ist auf. Ich bin auf dem Tor, ich bin auf dem Tor. Ach, Michel. Jetzt hat der kein Tor gekriegt. Weißt? Mein Tor wird frei. Ist mein Tor. Wenn du unbedingt meinst. Geldregen. Kein Ligawechsel. Das gefällt mir gar nicht. Wieder raus. Das ist ein Scheiß, ey. Ich will ja nicht sagen, aber haha. Weißt du... In einem Spiel bin ich von... Dingens... Von Gold runter auf Silber. Und in drei Spielen... Nee, in zwei Spielen bin ich nicht... Von Silber wieder auf Gold drauf. Ach komm, wenn wir jetzt alle noch einen Gang höher kommen, dann kommen sie am Anfang wieder auf des Tages. Ja. Ja, Toria. Man sollte auch warten. Ja, auf was? Ja, da habe ich auch zu früh reagiert, ey. Auf das! Eins! Ah! Alter! Das war der nice. Ja, ich hätte den so nicht reinmachen können. Ich schaue der daneben. Der war nice, Toria. Das war gerade das Glück. Das finde ich war das Glück. Das war echt nur Glück, mein Gott. Äh, Toria. Den hätte man auch anders treten können. So zum Beispiel. Ja, so scheiße, wenn da einer steht. What? Michael, hau im ins leere Tor! Scheiße! Weißt du, wisst ihr, wer jetzt eigentlich ein leeres Tor hat? Wir? Wir. Das ist nie gut, wenn der Torwart rauskommt. Nie! Hahaha. Der hat das Eise ausgespielt. Das war ein Torgebiet. Hahaha. Ich bin doch gar nicht Torwart. Müssteiger. Rheinz. Rheinz. Das war das muss man. Toja? Ich stand da schon und habe gewartet. Ja, das war wieder so klar. Ich stand da! Falls deswegen. Wenn man so kommt. End-weg-Balas dein... das sind jetzt hier prüße der bloggen du hast ihn nicht erwischt und das mit dem ball so gesehen versaut keine chance der fliegt uns zu tode was ist das für ein vogel ich frage mich in dem spiel frage ich mich warum ich spiele ja da stand ich nicht richtig was mein erinnst du schon wieder konnte ich nicht überall rumspulen ich habe den letzten moment noch an dass ich nicht reinkommen ich 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 Ach, und wieder Immer auf mich, ey Also gerade stehe ich aber auch nicht gut Sorry Ja, ich hab gerade nichts, ich krieg gerade nichts auf der Reihe Hält da eine Map liegen Hast du es, dass die Map eine andere Punkteanzahl bei den 100%-Flückszattern Verstehe ich nicht, was du meinst Ja, dass vorne in der Mitte an der Seite keine liegen Ich kipp mich so irgendwie so ein bisschen Wann rein! Jawoll! Genatzt Ich hatte keinen Bus mehr Ich bin dann reingekommen Ich hab noch nicht mal damit gerechnet, dass das reingeht Nee, ich irgendwie auch nicht Ich hab so... Drehst du schnell nochmal um, vielleicht kommst du noch dran Ja, ist ich dein Ernst? Ausgespielt Was war das? War Kanon 2 am Sekt Ja, damit hätte ich aber auch nicht wirklich gerechnet Ey, guck mal, ich hab den Ball Hat der dann gehalten Ey Die gehen mir vielleicht auf den Sack, die Leute Nicht richtig erwischt, verkackt Spiel verloren Bamba 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 Ja Verdammt Pass auf Prospekt 4 Bamba Oh, meine Klasse bleibt Find ich gut Bisschen in Ordnung Bamba Ich find's zwar komisch, aber Okay Ich hätte jetzt damit gerechnet, dass ich wieder down gerankt werde Und hast du nicht gesehen So, wir sehen uns dann beim nächsten Mal Bei Rocket League mit den Flachpfeifen Bis denn Au An 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 K